Die Zeit sei extrem kurz, um einen Scheidungsvertrag abzuschließen, bevor Großbritannien den Scheidungsvertrag am 29. März verlassen würde. Diese Zeit bleibt extrem kurz, sagte Barnier auf einer Pressekonferenz in Luxemburg. Die Rücktrittsvereinbarung, die wir mit der Regierung von Theresa May vereinbart haben, ist nach wie vor die beste Möglichkeit, einen ordnungsgemäßen Rückzug Großbritannien sicherzustellen. Barnier sprach mit dem luxemburgischen Premierminister Xavier Bettel, der betonte, dass die Verantwortung für die Suche nach einer Brexit-Lösung in London liege. Wir haben